Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Eines gleich vorweg. Es handelt sich bei dem Titel in keinster Weise um Clickbait. Ich mache mir tatsächlich gerade große Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und was mich als lösungsorientierte Menschen noch viel mehr wurmt, ich habe keine echte Idee, was man dagegen machen kann. Die Herleitung wird zwar etwas länger, ich werde euch heute aber keine Sprungmarken setzen, da die einzelnen Probleme aufeinander aufbauen und zum Ende hin dann kulminieren. Wie sich das Drama zusammensetzt, erläutere ich euch am besten anhand eines Zahlenbeispiels. Diese Zahlen sind natürlich fürs bessere Verständnis stark vereinfacht, aber ich denke, dadurch werden die Probleme am schnellsten deutlich. Wir betrachten uns mal die BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung eines kleinen Familienunternehmens wie meinem, mit 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 3 Millionen Euro. Natürlich sind das nicht genau die Zahlen meiner Firmen, aber die Verhältnisse kommen schon grob so hin. Sagen wir, die Firma produziert etwas und hat eine relativ hohe Fertigungstiefe. Sie kaufen also nur Rohmaterialien ein und stellen daraus über diverse Fertigungsschritte die späteren Verkaufsprodukte her. Um mit einfachen Zahlen rechnen zu können, setzen wir den Materialbedarf mit 20% vom Umsatz, also 600.000 Euro an. Um etwas produzieren und verkaufen zu können, brauchen wir natürlich auch Mitarbeiter. Hier gehen wir von einem eher geringen Automatisierungsgrad aus und setzen 50% Personalkostenanteil an. Das wären dann 1,5 Millionen. Zusätzlich brauchen wir auch die technischen Möglichkeiten, also ein Gebäude, Maschinen und so weiter. Für Raumkosten oder Miete, Abschreibung auf Maschinen setzen wir 300.000 Euro an. Dann haben wir noch sonstige Kosten für Klopapier, Computer, Kopierer, den Steuerberater, Firmenwägen, Kredite und so weiter und so weiter. Die schlagen in unserer Beispielrechnung mit 200.000 Euro zu Buche. Zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch Energie, um das Gebäude zu beheizen und die Maschinen zu betreiben. Das war bisher recht günstig mit, sagen wir, 100.000 Euro. In Summe nehmen wir also 3 Millionen Euro ein und geben 2,7 Millionen Euro aus. Das Unternehmen hat also am Jahresende noch 300.000 Euro über oder eine Umsatzrendite von 10%. Das ist jetzt nicht wirklich berauschend, aber im produzierenden Gewerbe durchaus ordentlich. Jetzt bleibt dieses Geld aber nicht komplett in der Firma. Die Anteilseigner, völlig egal, ob Aktionäre, GmbH-Gesellschafter oder auch ein vollhaftender Unternehmer, möchten davon ja auch noch ihren Anteil abhaben. Nehmen wir hier die Hälfte des Rohertrags, also 150.000 Euro. Ist das jetzt viel oder wenig? Das kommt ganz darauf an. Im Endeffekt geht es darum, das eingesetzte Kapital zu verzinsen. Hat die Errichtung des Unternehmens 15 Millionen gekostet und wir entnehmen nun 150.000 im Jahr, wird das ein ziemlich dämliches Invest, denn am Kapitalmarkt bekämmert man locker das 3- bis 4-fache. Wäre die ursprüngliche Summe 150.000 Euro, so wäre das eine sehr geniale Eigenkapitalrendite. Üblicherweise sollte ein eigenes Unternehmen bzw. eine Beteiligung an einem solchen eine Rendite von mindestens 10% aufs eingesetzte Kapital bringen. Warum? Ganz einfach. Mit einem breit gestreuten Investment, zum Beispiel auf den MSCI World, kann man relativ sicher etwa 5% pro Jahr im Lungenland bekommen. Wenn alle 1600 Unternehmen da drin auf einmal pleite gingen, hätten wir ganz andere Probleme. Unser kleines Familienunternehmen hat natürlich ein viel größeres Pleiterisiko und daher darf man als Investor dort auch einen kräftigen Risikoaufschlag erwarten. Wer schon mal das Original von die Höhle der Löwen, also Shark Tank, gesehen hat, wird feststellen, dass die eigentlich alles unter 50% Rohmarge als automatisch zum Scheitern verurteilt ansehen. Bei unserem Bestandsunternehmen darf es aber ruhig etwas weniger sein. Hat man also 1,5 Millionen Euro in ein Unternehmen gesteckt, dann sollte es auf absehbare Zeit mindestens 150.000 Euro im Jahr abwerfen können. Ob nun als Geschäftsführergehalt, so ihr das selber seid, oder Gewinnausschüttung, ist für unsere Betrachtung hier erstmal egal. Die Werte werden aber im Folgenden nochmal relevant. Im Unternehmen verbleiben also noch 150.000 Euro, von denen Vater Staat noch seinen Anteil abhaben will. Mit dem Rest kann man aber anfangen, Rücklaugen zu bilden oder Neuinvestitionen zu stemmen. Wir haben also prinzipiell ein kerngesundes Unternehmen vor uns. Wie komme ich denn dann auf die Idee, massenhafte Pleiteszenarien an die Wand zu malen? Dazu schauen wir uns zwei aktuelle Szenarien an, die von außen auf das Unternehmen einwirkten, beziehungsweise gerade jetzt einwirken. Unternehmerische Fehler, die jederzeit zu Pleiten führen können, lasse ich ganz bewusst außen vor. Betrachten wir uns zuerst einen überraschenden Umsatzrückgang. Natürlich ist da Corona das naheliegendste Beispiel. Wenn ein Restaurant auf behördliche Anordnung schließen muss, kann der Besitzer da relativ wenig machen. Wir sind in der Medizintechnik zu Hause und anfänglich dachte ich noch, oh, die armen Gastro-Event und ähnlichen Unternehmer. Gut, dass ich in der jetzt wichtigsten Branche bin. Doch auf einmal kamen immer weniger Bestellungen rein und die Kunden erzählten, dass die Krankenhäuser in Krisenmodi gegangen wären und nur noch die allernötigsten Operationen durchgeführt würden. Ganz schnell gingen dann auch bei uns die Auftragseingänge zurück. Nun hat man verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Ist ein Restaurant geschlossen, brauche ich keine Mitarbeiter. Die wurden dann in Kurzarbeit null geschickt oder ganz entlassen. Und auch keine Nahrungsmittel. Das heißt, die Warenbeschaffung konnte auch auf null gesetzt werden. Allerdings liefen Mieten und die fixen Kosten weiter. Dafür brauchte es dann eben die angesprochenen Rücklagen. Die hatten zum Glück auch wir, denn bei uns gab es keine Kurzarbeit oder Entlassung, sondern wir haben angefangen auf Lager zu produzieren. Da ich eigentlich sicher war, dass die Kunden irgendwann wieder bestellen würden. All die aufgeschobenen Operationen mussten ja doch irgendwann ausgeführt werden. Nichtsdestotrotz fraß das gut in die Reserven hinein und 2020, 2021 wurden ziemlich üble Verlustjahre. Ende 2021 begann die Lage, sich bei uns wieder etwas zu entspannen. Die Kunden bestellten wieder mehr bzw. riefen zuvor on hold gesetzte Aufträge ab. Allerdings fingen nun langsam die Lieferkettenprobleme an. Das Material begann teurer zu werden. Das hatte noch nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sondern mit den diversen Lockdowns, insbesondere in China, dem festsitzenden Containerfrachter im Suezkanal und ähnliche Ereignisse. Die uns zeigten, wie fragil unsere globalisierte Wirtschaftswelt doch ist. Und nein, da helfen keine feuchten Träume der Linken und Rechten von völliger De-Globalisierung. Das würde die Probleme bei uns in Deutschland als Exportnation nur noch heftig verstärken. Kommen wir erstmal zurück zu unserer BWA. Die Materialkosten stiegen also. Manch Lieferant hat uns knallhart die Preise verdoppelt oder gar verdreifacht. Ist nicht wirklich ungewöhnlich, das nennt man über den Preis aussteigen. Das heißt, wir sind bei denen ein sehr kleiner Kunde und die machen meist mehr Arbeit als Gewinn. In einer solchen Situation, wenn man eh nicht so viel liefern kann, wie benötigt wird, versucht man natürlich zuerst seine wichtigsten Kunden zu beliefern. Möchte dann ein kleiner wie wir unbedingt seine Bestellungen auch ausgeliefert haben, dann will man da halt auch Spaß an dem Geschäft. Und den hat man dann am ehesten, wenn man sich die berühmt-berüchtigte goldene Nase verdient. Das ist jetzt erstmal ein völlig normales Geschäftsgebaren. Das haben wir zugegeben vereinzelt auch schon so praktiziert. Dazu kamen natürlich noch massive Preissteigerungen schlicht aufgrund der Materialknappheit. Ganz simples Spiel von Angebot und Nachfrage. Wir hatten das Glück, dass einer unserer Stahlverkaufsaußendienstler im Frühjahr schon meinte, dass er irgendwie ein ganz blödes Gefühl hätte und wir sollten doch besser größere Mengen vorbestellen. In normalen Zeiten hätte ich vermutet, dass er seine Sollzahlen nicht schafft und uns in einen Kauf labern will. Da aber auch wir ein ganz ähnliches Bauchgefühl hatten, machten wir eine, zumindest für unsere Verhältnisse, sehr große Bestellung und leben zum Teil auch heute noch davon. Alles in allem laufen einem aber derzeit die Beschaffungspreise davon. Gehen wir bei unserem Beispiel mal nicht von einer Verdopplung, sondern nur einer Steigerung um 50% aus. Wir hatten 600.000 Euro Beschaffungskosten, diese steigen jetzt also um 300.000 auf 900.000 Euro. Moment mal, 300.000? War da nicht vorhin was? Ja, genau, das war der gesamte Rohgewinn unseres Unternehmens. Der ist jetzt auf einmal weg und zwar so weg, dass die Anteilseigner nun schon leer ausgehen würden. Es also eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, an der Firma beteiligt zu sein, da man woanders mehr Geld verdienen könnte. Das Unternehmen kann da überhaupt nichts für. Sie machen den gleichen Umsatz, haben die gleichen Leute und verkaufen die gleichen Produkte an die gleichen Kunden. Trotzdem wird aus dem ehemals erfolgreichen Laden plötzlich eine Nullnummer. Blöderweise sind wir damit aber bei weitem noch nicht am Ende. Auch die Personalkosten werden steigen. Diesen Teil nehme ich übrigens mit stets wechselnden Texten nun zum x-ten Maler auf. Diese Version ist die ehrliche. Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich bei vielen unbeliebt mache, erzähle ich euch, was ich ganz persönlich von dieser ebenfalls sehr belastenden Situation halte. Am Ende dieses Unterkapitels erfahrt ihr durchaus mit etwas Seelenstripteats meinerseits, warum ich diese Meinung vertrete. Lassen wir mal solch aus meiner Sicht wirklich perverse Auswüchse außen vor, dass Leute, die jetzt schon oft mehr verdienen als viele Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen und deren Laden mit Staatsmilliarden gerettet werden musste, sich nicht schämen, über 8% mehr Gehalt zu fordern. Ja, ich gestehe, mir fällt jegliches Verständnis für die Lufthansa-Piloten. Aber natürlich sieht sich auch unser Mittelständler mit steigenden Lohnkosten konfrontiert. Das muss noch nicht mal aus der Belegschaft kommen, da reicht auch ein gesetzeswidriger Eingriff der Regierung. Ich rede natürlich von dem Monstersprung beim Mindestlohn. Eigentlich ist das im Mindestlohngesetz eindeutig geregelt. Da steht in § 4, die Bundesregierung errichtet eine ständige Mindestlohnkommission, die über die Anpassung der Höhe des Mindestlohnes befindet. Die Mindestlohnkommission befindet nicht eine abgehalfterte Partei, die Wahlkampfgeschenke zu Lasten Dritter verteilt. Wir hatten in unserem Vergleichsjahr 2019 einen Mindestlohn von 9,19 Euro. Der war bis Anfang 2022 auf 9,82 Euro angestiegen und ab 1.07. beträgt er 10,45 Euro. Damit lagen wir im internationalen Vergleich bei den höheren Löhnen und bei der Kaufkraft schon mit 9,82 ziemlich weit oben. Das dürfte sich mit dem 10,45 nochmals verbessert haben. Trotzdem geht eine SPD her und kramt gegen jede Vernunft alte Klassenkampfparolen wieder raus und setzt willkürlich und gesetzeswidrig den Mindestlohn hoch. Wo das Geld herkommen soll, scheint für die ganz einfach. Unternehmer sind eh der Klassenfeind und Firmen kann man über Steuern, Abgaben und ungesetzliche Eingriffe in die Tarifautonomie beliebig schröpfen. Dieses Wahlgeschenk soll 6 Millionen Arbeitnehmer direkt und in Summe 22 Prozent aller Beschäftigten indirekt erfreuen. Was oft nur eher eingeschränkt klappt. Dazu gleich mehr. Betrachten wir zuerst mal diejenigen, die bisher schon den Mindestlohn hatten. Die Umverteilungs-Linksextremen der SPD erzählen ja immer was von Wertschöpfung und Lebensqualität. Sprechen diese aber offensichtlich den Unternehmern komplett ab. Es wird ja meist auf Gastgewerbe, Friseure, Bäcker und ähnliche Betriebe im Osten als böse, böse, böse Mindestlohnzahler abgestellt. Was ist denn, wenn unser Beispielunternehmen ein Hotelbetrieb an der Ostseeküste wäre? Corona hat er irgendwie überlebt. Die Reserven sind aber weg. Die Einkaufskosten wie beschrieben gestiegen. Lassen wir die Hälfte der Mitarbeiter im Mindestlohn sein. So steigen seine Personalkosten nur für eben diese Mindestlöhner von 2019 auf 2023 etwa um eine Viertelmillion. Geld, das nach Corona oft schlicht nicht da ist. Im Grunde kann er jetzt schon Insolvenz anmelden, da er absehbar seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr wird nachkommen können. Aber unser überaus kompetenter damaliger Finanzminister, der wohl als schlechtester Kanzler aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird, hatte bereits bei der Einführung des Mindestlohns 2015 einen super Tipp parat. Er empfahl damals einer Friseursalonbesitzerin einfach die Preise zu erhöhen. Schließlich könnten die Leute ja schlecht nach Asien zum Haare schneiden. Auch beim letzten Wahlkampf hatten die solche Sprüche aus der alleruntersten Sozenklassenkampfschublade auf den Plakaten. Unser Hotelbetreiber müsste also, nur um den direkten Mindestlohnsprung zu decken, über den indirekten reden wir auch gleich noch, seine Preise um mindestens 15% hochziehen. Er verdient dann zwar selber immer noch nichts und über die Energiekosten haben wir auch noch nicht geredet. Nun weiß er aus Gesprächen mit seinen Gästen, dass die zu ihm kommen. Zum einen, weil sie sich dort wohlfühlen, aber auch, weil es vergleichsweise günstig ist. Trotzdem muss er seine Preise nach oben hämmern und seine Gäste fliegen in Zukunft lieber gleich nach Malle oder sehr weit an den Suchradius an der Ostsee und stellen fest, dass es günstige Hotels in Swinemünde, also dem polnischen Teil von Usedom gibt, die dort zum Teil auch explizit mit deutschsprachigem Personal werben. Vielleicht kommt er aber auch auf folgende Idee. Im Restaurant und beim Frühstücksbuffet explodieren mir die Einkaufs- und Personalkosten. Was mit den Energiepreisen wird, kann derzeit keiner sagen. Ich wandle das komplette Hotel in ein Airbnb um, entlasse alle Angestellten, die Verwaltung mache ich mit Familienangehörigen selber und für die Reinigung hole ich mir eine Firma aus Polen. Womöglich macht ihm auch ein Bauträger ein Angebot, die Immobilie zu kaufen, um dort Ferienhäuser hinzusetzen. Die Hoteliersfamilie könnte sich also womöglich ganz zur Ruhe setzen. Für die nun arbeitslosen Mitarbeiter war das eher eine kurze Freude mit dem Mindestlohn. Ein paar kommen vielleicht bei den deutschsprachigen Hotels in Swinemünde unter. Mit Glück verdienen sie dort auch ein bisschen mehr als den polnischen Mindestlohn. Ihr könnt gern selber googeln, wo der liegt. Der deutsche Mindestlohn stieg von 2016 bis Juli 2022 um über 20 Prozent. Mit dem gesetzeswidrigen Sprung auf 12 Euro werden es über 40 Prozent sein. Wer von euch hat in den letzten Jahren über 40 Prozent mehr Lohn bekommen? Wahrscheinlich nicht so arg viele. Wie sieht das aber der Unternehmer, der in den letzten Jahren neben den Problemen durch Corona schon 20 Prozent mehr Lohnkosten stemmen musste und nun von einer Regierung einen weiteren 20-Prozent-Sprung willkürlich aufgebrummt bekommt? Von der Kostenseite sind es ja auch weit mehr als diese 40 Prozent in Summe. Denn es kommen ja auch noch die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungen hinzu, die ebenfalls steigen. Wer garantiert dem Inhaber einer kleinen Firma, dass nicht zukünftig eine rot-rot-grüne Regierung noch tiefer in die Gewerkschaftsmottenkiste greift und beschließt, dass wir in Zukunft nicht mehr den vierthöchsten Mindestlohn der Welt zahlen, sondern den allerhöchsten und nochmals willkürlich zwei Euro oder womöglich auch noch mehr auf den dann gültigen Mindestlohn obendrauf packen. Was für eine Zukunftsperspektive hat unser Unternehmer? Kann er, wie von den verpeilten Sozen unterstellt, immer beliebig seine Preise erhöhen? Wozu das hinten rausführt, schauen wir uns doch gleich noch an. Erstmal passiert das genaue Gegenteil von dem, was unsere tolle Regierung ständig verspricht. Nämlich, dass sie alles nur mögliche täte, um die Inflation zu senken. Mit dem Festhalten an dem Eingriff in das Mindestlohngesetz heizt sie die Inflation ganz im Gegenteil immer stärker an. Die im Inland tätigen Unternehmen müssen ihre Preise mindestens um die Kosten, also die Lohn- und Abgabenerhöhung anheben. Die Mutterbeiter rutschen aber in eine höhere Steuerprogression und tragen die andere Hälfte der gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge. Es entsteht zwangsläufig ein realer Kaufkraftverlust. Mit den 9,82 Euro Anfang des Jahres lag der Mindestlohn im internationalen Vergleich der reicheren Länder nicht ganz oben. Berücksichtigt man aber die Kaufkraft, so lagen wir genau auf einer Linie mit den Mehrzahlenden. Fahrt mal nach Frankreich, die hatten einen höheren Mindestlohn. Dafür ist dort aber auch alles viel teurer. Genau das Gleiche wird hier auch passieren. Im Endeffekt tötet man nur Unternehmen, ohne dass die Leute real mehr kaufen können. Was gewinnen wir also, wenn viele Unternehmer gerade in strukturschwachen Regionen im Osten keine Zukunft mehr sehen und dicht machen? Nichts. Die Nummer bringt ausschließlich Verlierer. Naja, nicht ganz. Denn erstmal nimmt Vater Staat mehr Steuern, Arbeitslosen und Rentenversicherung ein und die Krankenkassen freuen sich auch. Dass ihnen das im Long Run wieder auf die Füße fällt, wenn wir auf einmal mehr Arbeitslose haben, ist ja wurscht. Welcher Politiker denkt schon langfristig? Und zusätzlich zum direkten Mindestlohn gibt es ja auch noch die indirekten Auswirkungen. Und ja, ich gestehe, die betreffen mich selbst und sogar ein paar meiner Mitbewerber, von denen ich das nicht erwartet hätte. Was meine ich mit indirekt? Nun ganz einfach. Ich habe mehrere Mitarbeiter, die immer etwas über dem Mindestlohn lagen. Von 8,50 Euro bis zu den 10,45 Euro bin ich da immer mitgegangen. Allein in den letzten zwei Jahren ging es von 9,50 Euro über 9,60 Euro zu 9,82 Euro und letztlich zu den 10,45 Euro. Eine Steigerung um glatte 10 Prozent. Trotzdem hatten alle meine Mitarbeiter immer mindestens einen kleinen Abstand dazu. Jetzt aber nochmals ein Einmalsprung um weitere 15 Prozent ist einfach nicht möglich. Einige meiner Leute werden nun am 1.10. zu tatsächlichen Mindestlöhnern. Sie verdienen dadurch zwar immerhin etwas mehr, aber die Stimmung ist trotzdem mehr als bescheiden. Denn auch viele Mitarbeiter, die über dem Mindestlohn liegen, fühlen sich durchaus verständlich aus ihrer Sicht ungerecht behandelt, da ihre Löhne eben nicht in einem solchen Maße steigen konnten. Und nein, ich kann meine Preise eben nicht einfach beliebig erhöhen. Wir haben für mindestens ein Jahr fix verhandelte Verträge mit großen amerikanischen Firmen. Und als wir die letzten Preisverhandlungen führten, konnte niemand ahnen, dass ein gesetzeswidriger und wirtschaftlich unvertretbarer Eingriff in die Lohngestaltung zu zusätzlichen Kostenexplosionen führen würde. Vielleicht könnte dem werten Herrn Bundeskanzler mal jemand mit möglichst einfachen Schaubildern, nicht dass es da wie bei den Cum-Ex-Geschäften oder Wirecard läuft und er wieder nichts versteht, erklären, dass das Geld, welches er so generös umverteilt, nur durch unsere Handelsüberschüsse und damit letztlich durch uns Exportierende und Unternehmen ins Land kommt. Wir stehen aber nun mal oft im internationalen Wettbewerb. Bei mir ist das zugegeben durchaus extrem, denn neben China sitzen meine Konkurrenten, gern auch deutsche Unternehmen, die schlauer waren als ich und hier längst nur noch eine kleine Showfertigung haben, in Pakistan. Die haben dort auch einen Mindestlohn. Umgerechnet etwa 40 Cent pro Stunde bei einer 48-Stunden-Woche. Boah, du bist doch völlig irre, das kann man auch gar nicht vergleichen. Kann man nicht. Werfen wir doch einfach einen Blick in die Geschichte und wie die Bundesrepublik Deutschland vom Kriegsverlierer zum inzwischen ehemaligen Exportweltmeister wurde. Meine Firmen sind teilweise schon etwas älter. Unsere ersten Exporte in die USA begannen Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ich habe noch ein paar Lohnzettel aus der Zeit gefunden. Ein Hilfsarbeiter verdiente bei ebenfalls 48 Stunden in der Woche 38 Pfennig. Also nicht mal die Hälfte des pakistanischen Mindestlohns. Ein Gelernter lag mit 79 Pfennig ungefähr auf dem Niveau. Von einem VW-Käfer konnten beide nur träumen. Da hätten sie mehrere Jahre jeden müden Pfennig für sparen müssen. Mit Glück reicht es vielleicht für ein gebrauchtes Fahrrad. Mit den deutschen Tugenden wie Fleiß und Pünktlichkeit, aber auch vergleichsweise niedrigen Löhnen konnten wir im internationalen Wettbewerb bestehen oder, um ganz genau und ehrlich zu sein, andere Länder vom Markt verdrängen. Können wir den Pakistani deshalb nun Lohndumping vorwerfen? Sagen wir, ein Toparbeiter dort bekommt einen Euro, also mehr als das Doppelte des dortigen Mindestlohns und damit ein vergleichsweise gutes Gehalt. Wird der deutsche Mindestlöhner tatsächlich die zwölffache Produktivität bringen? Naja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Boah, schäm dich, das ist Turbokapitalismus. Nein, es ist nicht. Das ist die Realität, mit der ich hier leben muss. Meine Kunden sitzen überwiegend in den USA. Für die ist eine Bestellung in Deutschland genauso wie in Pakistan ein Kauf im Ausland. Die haben schon herzlich wenig Verständnis für unsere vielen Urlaubs- und Feiertage. Nun soll ich denen auch noch erklären, dass unsere Regierung die Kosten explodieren lässt, weil sie meint, den vierthöchsten Mindestlohn der Welt, nur Australien, Neuseeland und Luxemburg liegt aktuell drüber, anzuordnen und ich deswegen schon wieder die Preise erhöhen muss? Bisher ging es meist noch irgendwie, da man über höhere Qualität, Kundenorientierung und ähnliches argumentieren konnte. Aber auch da stagnieren wir mehr oder weniger und die Pakistani werden immer besser. Leider ist mein Vater schon verstorben, sonst könnte ich mich bei ihm entschuldigen. Er forderte Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre vehement, dass wir mindestens einen unserer Standorte aufgeben sollten und eine Auslandsfertigung aufziehen. Nicht in Pakistan, aber zum Beispiel in Tschechien. Er war im sogenannten Sudetenland geboren worden. Ich weigerte mich damals genauso standhaft und wollte alles hier halten. Es ist mir letztlich nicht wirklich gelungen. Leider geht es immer noch weiter und ja, ich weiß, dass der Teigrad relativ lang wird. Ich möchte aber, dass jeder verstehen kann, warum dieser vermeintlich ach so tolle überhöhte Mindestlohn eine weitere Gefahr für den Standort Deutschland ist. Wir haben ja auch noch die Mitarbeiter, die weit, weit weg vom Mindestlohn sind und das in Zukunft aber auch bleiben wollen. Ich hatte kürzlich eine Unterhaltung mit einem Kunden aus Süddeutschland. Da warfen wir schon mal so erste Preiserhöhungs-Ankündigungsversuche in den Raum. Und ich sagte etwas im Sinne von, ich weiß ja, dass sie da unten mit dem Mindestlohn nichts zu tun haben, aber... Tja, da hatte ich mich wohl getäuscht, denn er erzählte, dass der sich selbst dort unten auswirken würde. Facharbeiter, die bisher um die 20 Euro hatten, würden darauf beharren, dass sie als Fachkräfte immer mindestens das Doppelte des Mindestlohnes verdienen müssten und somit nun 24 Euro fordern. Einige Firmen dort sind wohl schon dabei, weitere Jobs in ihre Auslandstöchter zu verlagern. Wer diese Möglichkeiten nicht hat, kam zu anderen Schlüssen. Dazu später mehr. Kehren wir erstmal in die laut unserer tollen Bundesregierung durch den Mindestlohn besonders beglückten neuen Bundesländer zurück und unterstellen mal, dass wir die Preishoheit hätten, also Preiserhöhungen auch tatsächlich durchsetzen können. Dann führen solche Preissteigerungen aber unweigerlich zu einer sogenannten Lohnpreisspirale. Nehmen wir an, der Bäcker und der Friseur erhöhen drastisch ihre Preise. Dann sagt der Restaurant-Mitarbeiter, Chef, die Kosten fürs Haare schneiden und mein Frühstücksbrötchen sind so teuer geworden, ich brauche mehr Geld. Der Restaurantbesitzer muss zwar selber fürs Brot und andere Einkäufe fürs Restaurant mehr bezahlen, aber er sattelt dem Kellner trotzdem noch was drauf, um ihn zu halten. Um das halbwegs ausgleichen zu können, erhöht er die Preise auf der Speisekarte. Abends kommen dann der Bäckergeselle und die Friseuse ins Restaurant und essen dort. Boah, ist das alles teuer geworden. Ich muss morgen zum Chef und frage nach mehr Geld. Oder ich kann halt nicht mehr ins Restaurant. Wie weit kann der Bäcker aber seine Löhne und Preise explodieren lassen, bevor alle nur noch beim Discounter-Industriebrot kaufen? Wie lang hält der Restaurantbesitzer durch, wenn auch ohne Lockdown keiner mehr zu ihm kommt? Wie viele Friseure gehen in die Schwarzarbeit und schneiden abends zu Hause? Auf den Gewerkschaftswebseiten ist immer von Wertschätzung die Rede. Wenn nicht irgendwann mal irgendwer anfängt, uns KMU wertzuschätzen, können wir auch gern dicht machen. Mal sehen, wenn ihr dann mit untragbaren Lohnspiralen und sonstigen Vorschriften pisacken könnt. Damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, ich stelle nicht den Mindestlohn an sich in Frage, sondern nur diese schlagartige und für viele nicht finanzierbare Überhöhung, die ausschließlich Verlierer und Unzufriedenheit hinterlassen wird. Ich weiß, eine wohl eher unpopuläre Meinung und vielleicht kostet mich das auch ein paar tausend Abonnenten. Aber das musste jetzt einfach mal raus. Auch unter dem Wissen, dass es eben nicht meine Einzelmeinung ist. Es ist wirklich erschreckend, mit wie vielen anderen Unternehmern ich in letzter Zeit gesprochen habe, die zutiefst frustriert sind und sich mit Verkaufs- oder Schließungsgedanken tragen. Beziehungsweise jetzt schon morgens noch nicht wissen, ob sie am Nachmittag zum Amtsgericht müssen, da die Kohle tatsächlich alle ist. Natürlich nicht nur wegen des Mindestlohnes, sondern auch der Einkaufs- und Energiekosten. Aber der einzige dieser Blöcke, der uns ohne Not von der eigenen Regierung in die Bilanzen gedrückt wird, ist nun mal die Überhöhung des Mindestlohnes. Wir sollen jetzt also ein Wahlgeschenk einer Partei bezahlen, die uns ganz offensichtlich als Feind betrachtet. Sehr seltsame Welt, oder nicht? Hat irgendjemand von euch Sozen schon mal irgendwann im Leben wirklich gearbeitet oder gar eine eigene Firma geführt? Ist jemals einer von euch morgens aufgestanden, mit dem Wissen, sich strafbar zu machen, weil man eben nicht den Insolvenzantrag stellt, sondern stattdessen Lieferantenrechnungen bis über die dritte Mahnung wegschiebt, um die Löhne zahlen zu können? Hattet ihr jemals Besuch der Steuerfahndung, weil ihr ein paar Mal zuerst die Löhne und erst später die Lohnsteuer bezahlt habt? Meine Buchhalterin und ich hatten immer zuerst die Lohnzahlungen im Blick. Es ist ein einziges Mal passiert, dass wir tatsächlich einen Tag zu spät bezahlt haben. Würdet ihr dann hergehen und mit den Vermietern von Mitarbeitern telefonieren und denen erklären, dass es euer Fehler war? Habt ihr jemals als Inhaber, nicht irgendwelche angestellten Manager, in die traurigen Augen der Mitarbeiter geschaut, denen ihr gerade sagen musstet, dass ihr Standort geschlossen wird, um die anderen zu retten? Nein, natürlich kennt ihr das nicht, woher auch. Auch wenn das jetzt zum Glück schon viele Jahre her ist, treibt mir allein das darüber Nachdenken und Aufschreiben heute noch die Tränen in die Augen. Und ich kann jeden, absolut jeden verstehen, der sich sowas nicht antun will und schon viel früher schließt. Ach ja, und wenn wir schon bei Parteien sind. Ihr wolltet doch immer wissen, warum ich bei der Bundestagswahl ein letztes Mal FDP gewählt habe. Nun, here you have it. Ich, Vollpfosten, glaubte tatsächlich, dass eine Partei, die angeblich den Mittelstand vertritt, diesen Irrsinn Mindestlohnerhöhung verhindern würde. Aber denen war ja wichtiger, das Tempolimit zu verhindern, damit die Anwälte, die Unternehmens- und Steuerberater usw. weiterhin ungehindert rasen können. Tja, nur irgendwie brauchen dichtgemachte Firmen relativ wenig Beratungsleistungen. Das könnte hier also ein echter Führersieg werden. Jetzt aber zurück zu unserer Beispiel-BWA. Um unsere Firma nicht so fortschließen zu müssen, nehmen wir mal an, dass wir nur wenige oder gar keine Mindestlöhne haben und die übrigen Mitarbeiter sich dem Unternehmen so verbunden fühlen, dass sie im Schnitt über alle mit 5% Lohnsteigerung einverstanden sind. Trotzdem sind auch das wieder 75.000 Euro Mehrkosten. Damit rutscht unser Unternehmen jetzt schon in die Verlustzone. Der Unternehmer muss also wahrscheinlich nach zwei Corona-Jahren aus dem eigenen Portemonnaie zuschießen, versuchen, die Preise zu erhöhen oder die Reißleine ziehen. Nun sind wir aber leider immer noch nicht am Ende des Dramas. Denn nun kommt der Brocken der vermutlich vielen produzierenden Unternehmen das Genick brechen wird. Und das ist der Energiekostenblock. Auch wenn unsere Strom- und Gaspreise im internationalen Vergleich noch nie die allergünstigsten waren, so waren sie insbesondere im industriellen Bereich durchaus tragbar. Wir zahlten für die Kilowattstunde Strom inklusive aller Abgaben und Gebühren ziemlich glatt 20 Cent. Und bekamen einen Teil der EEG-Umlage am Jahresende auch noch wieder, sodass wir bei etwa 17 Cent rauskamen. Die richtig großen Läden, die zahlen noch viel weniger. Inzwischen wurde die Umlage ja ganz abgeschafft und wir zahlen aktuell 13,5 Cent Endpreis für den Strom. Nun laufen aber unsere Stromlieferverträge Ende des Jahres aus. Und unser bisheriger Lieferant hat uns schon geschrieben, dass er die Verträge nicht verlängert und er uns auch keinen komplett neuen Vertrag anbieten wird. Genau das passiert derzeit ganz vielen Firmen mit zwei- oder drei Jahresverträgen. Manche wurden sogar von den Anbietern sondergekündigt. Mitte des Jahres hätten wir noch Verträge im niedrigen 40-Cent-Bereich abschließen können. Wo wir damals aber schon sagten, boah, das ist doch völlig krank. Wo sollen wir denn die Kohle für eine Verzwei- oder gar Verdreifachung der Stromkosten hernehmen? Tja, in der Rückschau betrachtet wäre das sogar immer noch besser gewesen als aktuell. Ich schaue zwangsweise regelmäßig bei den großen Versorgern, das sind die einzigen, die derzeit überhaupt noch Laufzeitverträge anbieten, auf den Webseiten und den Vogel schoss kürzlich E.ON ab. Das ist nicht nur der Kilowattstundenjahresverbrauch. Dadurch wird der Strombezug Anfang nächsten Jahres vermutlich recht teuer, sollte dann aber hoffentlich jedenfalls langsam senken. Aber das Ganze führt dann zu etwas, was wir Unternehmer so gar nicht mögen, und das ist Planungsunsicherheit. Wie soll ich meine Produktionen und Preise kalkulieren, wenn ich keine Ahnung habe, was ich für den Strom oder auch fürs Gas bezahlen muss? Derzeit gehe ich davon aus, dass ich zumindest 2023 meine Energiekosten mindestens verdreifachen werde. Und jeder Fachmann, mit dem man spricht, bescheinigt, dass der Strom nie wieder so günstig wird wie bisher. Und jetzt heißt es bestimmt auch gleich, na, dann spart halt mehr Strom. Schön dahergeredet. Ich könnte bei uns bestimmt meinen Leuten sagen, dass sie nach dem Geschäft die längst auf LED umgebaute Klobeleuchtung ausmachen sollen. Dann dreht die CNC-Bank auf volle Drehzahl hoch und schwupps ist die Einsparung von bestimmt 10 Jahren Klo-Lampe früher ausmachen. Schon wieder dahin. Die Öfen des Bäckers lassen sich auch nicht mit Luft und Liebe beheizen. Natürlich wird sich hier und da noch ein wenig einsparen lassen. Aber wir brauchen zum Produzieren nun mal Strom und nicht wenig davon. Und nein, liebe Moskau-Fans von links und rechts, Nord Stream 2 zu öffnen bringt rein gar nichts. Wenn der Diktator im Kreml liefern wollte, könnte er das über die bestehenden Pipelines völlig problemlos. Und nochmals nein, nicht die Windkraft- und Photovoltaikanlagen erhöhen die Strompreise. Das sind nämlich die günstigsten Stromerzeuger, die wir aktuell überhaupt haben. Sondern es sind die ach so heiß geliebten Atomkraftwerke. Nein, nicht die bei uns, sondern die in Frankreich. Dort wurde bekanntermaßen überwiegend auf Atomstrom gesetzt. Nur, dass dieser strahlende Sondermüll derzeit kaum produzieren kann, da die kühlwasserbringenden Flüsse viel zu wenig Wasser führen und die Kraftwerke dermaßen marode sind, dass diverse französische AKW derzeit für Notwartungen vom Netz sind. Um sie hoffentlich oder eher vielleicht im Winter wieder anlaufen zu lassen. Wir müssen deswegen unsere sauteuren Gaskraftwerke laufen lassen, damit das europäische Stromnetz stabil bleibt. Atomkraft löst keine Probleme. Sie erzeugt ganz im Gegenteil viele zusätzliche. Nun aber zurück zu unserer Beispiel BWA und den dreifachen Energiekosten. Unser Unternehmen war ja aufgrund der gestiegenen Material- und Lohnkosten schon ins Minus gerutscht. Jetzt hauen uns die Energiekosten noch mal 200.000 Euro weiter in die Miesen. Unterstellen wir mal, dass die sonstigen Kosten nur um 25.000 Euro steigen, damit wir schöne Runde Zahlen haben, so macht das eigentlich gut aufgestellte Unternehmen, das 2019 noch 300.000 Euro plus gemacht hat, in 2023 wahrscheinlich eben jene 300.000 Euro Miese. Logischerweise kann das keine Firma auf Dauer durchhalten. Und unser überaus kompetenter Bundeskanzler würde wohl schon wieder zu Preiserhöhungen raten. In dem Fall würde das aber bedeuten, dass der Laden die Preise um 10% erhöhen müsste, nur um auf Dauer nicht pleite zu gehen. Eine Preiserhöhung um 10% ist aber zum Beispiel in meiner Branche bzw. meinem Konkurrenzumfeld eine reine Utopie. Die sind nicht durchsetzbar. Und selbst wenn es gelänge, läge die Rendite bei Null. Es wären zwar alle Kosten gedeckt, aber die Eigentümer würden nichts verdienen und es wären keine Mittel für zukünftige Investitionen da. Auf eine Verbesserung der Situation zu hoffen, wäre irgendwie auch fatal. Dass die Beschaffungspreise irgendwann wieder auf das frühere Maß fallen, bleibt reines Wunschdenken. Die Mitarbeiter werden eine Lohnerhöhung später nicht wieder zurückgeben und auch die Energiepreise werden nicht mehr auf das niedrige Niveau, das wir mal hatten, fallen. Was bleibt als Alternative? Neue Geschäftsfelder erschließen, wird ein für viel Geld angeheuerter Unternehmensberater bestimmt empfehlen. Was für tolle neue Geschäftsfelder soll der Bäcker denn erschließen? Ein Nagelstudio anschließen oder Mobilfunkverträge verticken? Selbst wenn es potenzielle neue Möglichkeiten gäbe, dann geht derzeit mal zur Bank und fragt nach einem Kredit, um eben jene Potenziale heben zu können. Mit Glück lachen die euch nicht sofort aus, sondern hauen euch Zinssätze um die Ohren, die noch nicht so lange im Geschäft befindliche noch nie gehört haben. Oh, Herr Lenz, 2020 und 2021 sah aber nicht so gut aus. Da müssen wir von einem erweiterten Engagement derzeit absehen. Oder wir kommen als Absicherung ins Grundbuch ihres Hauses. Das Zauberwort bei denen heißt Kapitaldienstfähigkeit. Also ob ihr in der Lage seid, eure Kredite auch zurückzuzahlen. Und nach zwei Verlustjahren unterstellen die bei einem kleineren Unternehmen einfach mal, dass das nicht klappen würde. Ein Großkonzern würde natürlich problemlos auch weiterhin Geld kriegen. Ich bin jedenfalls heilfroh, letztes Jahr einen e-beantragten Kredit für eine große Investition noch etwas erhöht zu haben. Denn derzeit bekommt ihr bei den Banken höchstens dann Geld fürs Unternehmen, wenn ihr die gleiche Summe privat als Sicherheit zur Verfügung stellt. Bliebe letztlich also doch nur eine gewaltige Preiserhöhung. Aber selbst 20 Prozent würden nur den alten Status quo herstellen. Das heißt, wir hätten jetzt wieder um die 100.000 Euro nach Steuern zur Rücklagenbildung oder Investition zur Verfügung. Dumm nur, dass auch die Kosten für Anlagen und Maschinen ziemlich hochgegangen sind. Wir haben im Frühjahr eine CNC-Fräse bestellt. Die kommt aus den USA und der Außendienstler hatte uns gesagt, dass der Preis nur noch eine ganz kurze Gültigkeit hätte, da sie die Transportpauschalen um einen fünfstelligen Betrag anziehen müssten. Aufgrund des im Suezkanal verunfallten Containerfrachters sind alle Container und Frachtpläne durcheinander geraten und die Kosten hätten sich vervielfacht. Um solche Szenarien zukünftig auch noch abzudecken, müssten wir also eher die Preise um 25 Prozent erhöhen. Was aber natürlich noch utopischer ist, als die 10 oder 20 Prozent bei den Kunden durchzusetzen. Ein paar wenige in meiner Branche haben dies wohl schon versucht und sie schließen jetzt zum Ende des Jahres. Einige andere haben laut Aussage eines meiner Großkunden ohne jede Preisverhandlung die Einstellung des Geschäftsbetriebes zu Ende des Jahres angekündigt. Ich hatte gerade im Radio von einer Inhaberin mit fünf Edeka-Märkten gehört. Die wird mindestens zwei bis drei davon schließen und die Mitarbeiter entlassen müssen. Schlicht, da sie die Kosten für den Strom nicht auf die Preise umgelegt bekommt. Fand ich erst mal seltsam, doch dann zählte sie auf. Tiefkühltruhen, Kühlregale, Brotbackautomat, Lagerkühlhaus, Beleuchtung für ein paar tausend Quadratmeter. Da kam ganz schön was zusammen und über die Forderung, die Werbetafeln seltener anzumachen, konnte die Dame nicht wirklich lachen. Genau das Gleiche habe ich am Wochenende von einem Marktbetreiber in Mailand gelesen. Ist also kein rein deutsches Problem. Oft war die derzeitige unsichere Situation nur noch der letztliche Auslöser, der die Entscheidung brachte. Denn das Problem, eine vernünftige Nachfolgeregelung zu finden, kommt meist noch on top. Womöglich sind keine Kinder da oder die haben andere Vorstellungen, als das elterliche Unternehmen zu übernehmen. Und dann muss Mann oder Frau mit Ende 50, Anfang 60 sich schon fragen, ob es noch einen großen Sinn ergibt, die Firma weiter zu betreiben. Womöglich für das Alter beiseitegelegte Gelder zuzuschießen, um dann in fünf oder sechs Jahren immer noch vor diesen oder ähnlichen Problemen zu stehen. Oder ob sie jetzt einfach dicht machen und vom Ersparten bzw. in Mietimmobilien oder Aktien angelegten Geld geben. Vielleicht haben sie dann ein geringeres Einkommen, sind dafür aber auch die Sorgen und Verantwortung los. Solche Gedankenspiele höre ich in letzter Zeit immer öfter. Und jedes ausgeschiedene Unternehmen hat keine Nachfrage mehr, benötigt keine Mitarbeiter und stellt auch nichts her. Nun kann man natürlich postulieren, ja mei, wenn so ein paar kleine Klitschen zumachen, ist das ja nicht so wild. Durchaus richtig. Aber diese Klitschen hatten meist auch ein paar Mitarbeiter, die durch die Schließung ihren Job verlieren. Und dann ganz automatisch auch weniger Konsumnachfrage bei sich vor Ort generieren. Und das kann dann durchaus üble Schneewahleffekte nach sich ziehen. Die entlassenen Leute gehen dann womöglich seltener zum Friseur, der wiederum ein paar seiner Leute entlassen muss. Denen dann das Geld fehlt, um morgens auf dem Weg zur Arbeit ihr Frühstück beim Bäcker zu kaufen, was dann dazu führt, dass der Bäcker beschließt, wo es das Ganze irgendwie keinen Sinn mehr ergebe, und ebenfalls schließt. Schwupps sinkt in dem Dorf die Lebensqualität mit. Denn all die anderen, die dort wohnen, unter der Woche aber fast immer beim Discounter in der Stadt einkauften, und nur sonntags mal die Brötchen beim örtlichen Bäcker holten, stellen auf einmal fest, wie blöd das ist, dass der fehlt. Man könnte jetzt sogar noch weiter gehen und feststellen, dass das Dorf dadurch an Wohnqualität verliert, die Immobilienpreise sinken und die Banken spätestens bei der Prolongation der Hypothek mehr als das Haus als Sicherheit sehen wollen. Was im Extremfall zu einem Aussterben des gesamten Dorfes führt. Dabei haben wir bisher nur von kerngesunden Unternehmen mit eigentlich solidem Geschäftsmodell gesprochen. Kein Auspuffbauer, Kurbelwellendreher, Katalysatorstopfer, deren gesamte Geschäftsmodelle demnächst zusammenbrechen werden. Die kommen da noch on top. Und jetzt kommt unser in Wirtschaftsdingen überaus bewanderter Bundeskanzler und fordert, dass wir Unternehmer eine Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro an unsere Mitarbeiter ausschütten sollen. Das wären bei unserem Beispiel mit 50 Mann 150.000 Euro. Kann mir der ach so eloquente Herr Bundeskanzler mal erklären, wo das Unternehmen bei 300.000 Euro Verlust dieses Geld hernehmen soll? In meinem Fall habe ich noch ein paar Reserven im Unternehmen, da ich über viele Jahre nichts außer meinem Gehalt entnommen habe. Aber ich habe keinerlei Ahnung, wie sich das nächste und übernächste Jahr entwickelt. Es wäre schlicht Wahnsinn, jetzt die Lohnsummen weiter ansteigen zu lassen bzw. die letzten Reserven anzugehen. Das ist natürlich für die Stimmung in so einem kleinen Unternehmen auch ganz toll, wenn die lieben Politiker am Wochenende Wolkenkuckucksheim versprechen und die Mitarbeiter dann montags erfahren, dass daraus nichts wird. Schönen Dank dafür auch. Wenn eure Chefs euch also auch sagen müssen, dass es keine Zusatzprämien oder, was die noch verpeiltere Frau Esken ja immer fordert, fette Lohnerhöhungen gibt, dann kann das in Ausnahmefällen durchaus sein, dass ihr einen egoistischen Chef habt, der nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist. Vielleicht habt ihr das Glück, in einer Branche zu sein, bei denen weder Energie noch Lohn noch Einkaufskosten eine große Rolle spielen und wo tatsächlich Gehaltsspielräume vorhanden sind. In sehr vielen Fällen wird es aber so sein, dass der Chef selber nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll und einfach keine weiteren Kostenblöcke tragen kann. Im Gegensatz zu Regierungen können wir Unternehmer nur Geld ausgeben, das wir zuvor auch verdient haben. Bei irgendwelchen tollen Presseveranstaltungen heißt es immer, dass wir Mittelständler das Rückgrat der Wirtschaftsnation Deutschlands wären. Dummerweise sind da immer nur Firmen ab 250 Leuten und mindestens zweistelligen Millionenumsätzen aufwärts mit gemeint. Uns kleine und echte Mittelstandsbetriebe hatten nie jemand auf dem Schirm. Und das, muss ich zugeben, frustriert schon sehr. Und es mag ein weiterer Grund sein, warum nun viele aufgeben werden. Am Ende ist es eine ganz simple Entscheidung, vor der demnächst viele kleinere Unternehmer stehen werden. Bunkere ich meine privaten Ersparnisse für die Alterssicherung in die Firma und versuche sie damit über die Runden zu bringen? Oder nehme ich eben dieses Geld und setze mich damit zur Ruhe? Wie vorhin geschildert, haben sich in meiner Branche schon mehrere für die zweite Variante entschieden und ich fürchte, es werden noch einige folgen. Natürlich betrifft das nicht alle. Ich habe kürzlich mit unserem Steuerberater gesprochen. Der hat derzeit 5.000 bis 6.000 Euro Stromkosten. Den juckt es nicht, wenn sich das verdoppelt. Einkauf beschränkt sich bei ihm auf Klo und Kopierpapier und seine Angestellten sind alle weit vom Mindestlohn weg. Ein Dachdecker oder Heizungsbauer wird auch herzlich wenig mit Stromkosten zu tun haben. Und die gestiegenen Einkaufspreise geben die einfach 1 zu 1 weiter. Was ist aber, wenn der nächstgelegene kleine Produktionsbetrieb dicht macht? Dann braucht es auch keinen Steuerberater mehr. Am Gebäude muss auch nichts mehr gemacht werden und die nun arbeitslosen Mitarbeiter werden ihre defekte Klospülung eher selber reparieren. Wo das letztlich hinführt? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Vielleicht hat Ray Dalio, ein recht bekannter Fondsmanager, sogar recht, der den Untergang der westlichen Demokratien und die vorübergehende Machtübernahme Chinas propagiert. Vielleicht sehe ich das auch zu sehr aus der Sicht des kleinen Unternehmers, der dummerweise in keiner Gelddruckbranche tätig ist. Schreibt mir das aber gern unten in die Kommentare. Seid ihr vielleicht selber Unternehmer, der unter den oben geschilderten Randbedingungen zu leiden hat? Oder seid ihr Angestellte, die sich wunderten, und dass der Chef in den letzten Monaten eher düster und bedrückt wirkte? Oder arbeitet ihr bei einem Großkonzern und vertraut darauf, dass der zur Not schon irgendwie vom Staat gerettet wird? Würde mich heute ganz besonders interessieren. Wie bereits mehrfach gesagt, habe ich keine wirkliche Lösung für das Dilemma. Vielleicht sind wir tatsächlich am Ende eines Wirtschafts- oder gar Kulturzyklus. Was aus meiner Sicht aber dringend her müsste, wäre eine Wiederherstellung der Planungssicherheit für uns Unternehmer. Besonders, was die Energiekosten angeht. Zuerst mal müsste die sogenannte Merit Order abgeschafft oder zumindest modifiziert werden. Dabei geht es vereinfacht dargestellt darum, dass der Strompreis vom teuersten Anbieter bestimmt wird. Machen wir ein Beispiel. Ihr wollt Klopapier hamstern, bekommt vier Pakete bei Aldi, die eigentlich ein Euro haben wollten, fünf Pakete bei Lidl, die für zwei Euro anböten und für das allerletzte Paket müsstet ihr Edeka und die wollen zehn Euro. Dann müsst ihr auch bei Aldi und Lidl jeweils zehn Euro abdrücken. Daher kommen auch diese sogenannten Übergewinne. Ein moderner Windpark kann für etwa drei bis vier Cent pro Kilowattstunde produzieren. Die Betreiber bekommen aber derzeit 50, 60, gar 70 Cent, da das die Kosten des teuersten, also des Gaskraftwerks sind. Jetzt stellt euch mal folgende Konstellation vor. Wir brauchen, sagen wir, zehn Terawattstunden. Fünf liefern aktuell Erneuerbare, eine kommt aus AKW und vier kommen aus Kohle. Die teuersten Kraftwerke am Netz sind die Steinkohlekraftwerke, die, sagen wir mal, für 20 Cent produzieren. Der Strompreis läge also bei 20 Cent. Nun drosselt, natürlich aus rein technischen Gründen, einer der großen Kraftwerksbetreiber eine seiner Anlagen um eine Megawattstunde und lässt dafür eine seiner Gaskraftwerke, welches derzeit für 80 Cent produziert, anlaufen. Dann beträgt der Strompreis für alles ab dem Moment eben jene 80 Cent. Auch wenn die Kohlekraftwerke weiter für 20 Cent produzieren, die Windparks für drei und die AKW meineswegen für zehn. Jetzt könnte man natürlich postulieren, dass dann ein anderer Kraftwerksbetreiber seine Anlage höher fahren müsste, um diese eine Megawattstunde zu kompensieren. Und damit halt das Gaskraftwerk wieder von Netz kann. Hm, aber mal ehrlich, warum sollte er das bei der derzeitigen Gestaltung des Strommarktes tun? Er profitiert ja selber davon, auch wenn ein anderer Betreiber vielleicht diese Situation hervorgerufen hat. Wie bereits erwähnt, sind derzeit eher die maroden französischen AKW dran schuld, dass bei uns die Gaskraftwerke brummen. Hm, mal schauen, was so im Winter passiert, wenn es die EDF tatsächlich schaffen sollte, ihre Strahlenbomben wieder ans Netz zu bringen. Am wichtigsten ist aber, dass wir selber endlich handeln. Es ist ja schön, dass wir in ein paar Jahren ganz grünen Wasserstoff aus Kanada bekommen. Was aber passiert, wenn der nette Herr Trudeau oder einer seiner Nachfolger auch von einem Diktator abgelöst wird, der uns mit Energie erpressen will? Wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass wir ums Verplatzen energieautark werden müssen, und das heißt alle Wind- und Solarverhinderungsgesetze weg, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da fordert Anti-Windkraft-Söder doch allen Ernstes, die Niedersachsen sollten ihre AKW wieder anfahren. Wie wäre es, wenn ihr Bayern eure dämliche 10H-Regel endlich erstmal abschafft? Die besagt, dass um eine Windkraftanlage mit 200 Meter Nabenhöhe in zwei Kilometern Abstand keine Wohnbebauung sein darf. Hier in NRW hat Schwarz-Gelb ein Verbot von Windkraft in Wäldern durchgedrückt. Nun haben beide Länder angeblich keine Flächen mehr und können daher keine Windkraftanlagen mehr genehmigen. Es sind diese nur in Wahlperioden denkenden Provinzfürsten, die uns in diese Lage manövriert haben. Zusammen mit früheren Bundesregierungen, die unsere Energieversorgung ohne Not in die Hände eines skrupellosen Diktators gelegt haben. Auch wenn bisher Herr Manch einer den Eindruck gewonnen haben könnte, dass ich vorhabe, meine Firmen zu schließen, so ist das derzeit nicht geplant. Ich habe die Unternehmen schon durch einige Krisen manövrieren müssen und wahrscheinlich ist es jetzt einfach an der Zeit, mal wieder alles in Frage zu stellen und den Laden neu aufzustellen. Ich mag, klingt vielleicht komisch, auch nach über 20 Jahren im Geschäft solche Herausforderungen eigentlich immer noch. Aber ich habe vollstes Verständnis für jeden, der sagt, ich tue mir das nicht mehr an. Oder ich verlagere meine Firma komplett ins Ausland. Viele meiner Wettbewerber sind den Weg schon vor Jahren gegangen. Die haben ihre Produktprogramme zusammengestampft, nur noch Massenware behalten, die maschinelle Vorproduktion hauchautomatisiert mit ein paar wenigen Mitarbeitern hier in Deutschland und alle kostenintensiven Handarbeitsgänge sind irgendwo ganz weit Richtung Osten. Ich hatte mich seinerzeit fürs Gegenteil entschieden, reine Nischenprodukte mit kleinen Losgrößen und alles komplett made in Germany. Stand heute nicht unbedingt die beste Entscheidung meines Lebens. So ehrlich zu sich selbst muss man auch mal sein. Vielleicht denkt aber auch mancher schrecklich, da jammert so ein reicher Typ rum, wie schlecht es ihm ginge. Das war in keinster Weise meine Intention. Was als reich oder arm empfunden wird, ist eh höchst individuell. Ein Mindestlöhner ohne weitere Vermögensgegenstände wird mich bestimmt für reich halten. Ein Friedrich März würde in mir eher einen armen Schlucker sehen. Jammern war aber auch gar nicht das Thema, sondern darauf hinzuweisen, was für Sorgen und Nöte uns kleinere Unternehmer derzeit umtreiben. Und ja, da ist auch ein Stück weit Enttäuschung dabei, denn es werden Rettungspakete für alle vom Gaskonzern bis zum Hartz-IV-ler geschnürt, aber uns Kleinbetriebe hat offensichtlich niemand, absolut niemand auf dem Schirm, beziehungsweise wir sind wohl für alle zu unwichtig. Ich fürchte, es werden jetzt ganz viele Unternehmen entweder Pleite gehen oder der Unternehmer wird aufgeben und das finde ich super schade und durchaus auch gefährlich für den Standort Deutschland. Das also heute mal meine Meinung zu einem Thema durchaus weit ab von der E-Mobilität. Das mich aber halt selber gerade betrifft und beschäftigt. Herzlichen Dank fürs